Der Weimaraner, auch bekannt als Silberner Gust, ist eine faszinierende Hunderasse mit einer einzigartigen Kombination aus Eleganz, Intelligenz und Anpassungsfähigkeit. Dieser edle Hund hat einen Charakter, der ihn zu einem beliebten Begleiter macht. Der Charakter des Weimaraners zeichnet sich durch seine Anhänglichkeit und Hingabe aus. Diese Hunde sind äußerst loyal gegenüber ihren Besitzern und bauen oft eine tiefe emotionale Bindung auf. Sie sehnen sich nach menschlicher Gesellschaft und neigen dazu, in der Nähe ihrer Familie zu bleiben. Diese Anhänglichkeit spiegelt sich auch in ihrer Sensibilität wider, sie reagieren empfindlich auf die Stimmung ihrer Besitzer und können emotionale Veränderungen spüren. Die Intelligenz des Weimaraners macht ihn zu einem leicht trainierbaren Hund. Diese Rasse hat eine schnelle Auffassungsgabe und zeigt oft eine hohe Lernbereitschaft. Es ist wichtig, ihre geistigen Fähigkeiten mit geistiger Stimulation und Herausforderungen zu fördern, um Langeweile zu vermeiden. Aufgrund ihrer Klugheit können Weimaraner jedoch auch unabhängig sein und eine gewisse Hartnäckigkeit zeigen. Eine konsequente, aber liebevolle Erziehung ist daher entscheidend, um ein harmonisches Zusammenleben zu gewährleisten. In Bezug auf ihr Verhalten sind Weimaraner aktiv und energiegeladen. Diese Hunde haben eine natürliche Neigung zu körperlichen Aktivitäten und benötigen regelmäßige Bewegung, um ihre Energie abzubauen. Lange Spaziergänge, Joggen oder Spielen im Freien sind ideale Möglichkeiten, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Die Aktivität im Freien hilft auch, ihre mentale Gesundheit zu fördern und unerwünschtes Verhalten, wie zum Beispiel übermäßiges Bellen oder Zerstörung von Gegenständen, zu minimieren. Die Haltung des Weimaraners zeigt sich auch in seiner Wachsamkeit und Schutzinstinkten. Diese Hunde sind oft misstrauisch gegenüber Fremden und können als ausgezeichnete Wachhunde dienen. Ihre natürliche Neugier macht sie zu aufmerksamen Beobachtern ihrer Umgebung. Bei guter Sozialisierung können sie jedoch freundlich gegenüber Gästen sein und zeigen eine angemessene Höflichkeit. Es ist wichtig zu beachten, dass die Haltung des Weimaraners eine liebevolle und konsequente Führung erfordert. Diese Hunde können empfindlich auf negative Verstärkung reagieren und eine zu harte Hand kann zu Verhaltensproblemen führen. Eine positive Verstärkung, Lob und Belohnung für gutes Verhalten sind effektivere Methoden, um eine starke Bindung mit diesem sensiblen Hund aufzubauen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Weimaraner eine faszinierende Mischung aus Intelligenz, Anhänglichkeit und Aktivität ist. Mit der richtigen Pflege, Ausbildung und Liebe kann dieser Hund zu einem treuen Begleiter werden, der das Leben seiner Besitzer mit Freude und Energie bereichert.